Hey YouTube, Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ich kann weiter gehen Ich habe mir überlegt, wir gucken jetzt mal kurz rein zur Polizei Da war ich ja schon vorhin kurz drin Ähm Warum sind auch alle Türen offen? Ich hoffe, ich kann da noch reingucken Ja, geilo Uh, ne neue Knarre Aber die will ich nicht Nichts drin Jetzt finde ich gar nichts mehr Ah, das ist nicht gut Gar nichts Ja, weil ich da schon reingeguckt habe Ok, Blödsinn, liegen die Zombies noch hier rum oder? Äh, nicht mehr Hutstand Brauche ich hier auch nicht blöd hier rumgucken Dann können wir eigentlich direkt mal losfahren Und zwar kann ich immer wohin wir fahren, aber wir werden fahren So, ich fahr einfach mal los, wir werden schon irgendwas finden Oh Aufgepasst Oh, was haben wir da? Nix Ja, da gucke ich jetzt gar nicht rein Oder ich werde Weiß nicht, wenn ich hier an der nächsten Stadt vorbeikomme oder so Lass mich mal kurz kurz auf die Karte gucken Vielleicht ist ja irgendwo was getroppt worden Das wäre nämlich auch richtig geil Okay Ah ja, da ist D2 Ja, da bin ich zu weit weg Kann ich direkt mal vergessen Dann bin ich viel zu weit weg Oh nein, ich habe den falschen Knopf drückt Damn it Ich muss ein bisschen auf die Straße schauen, ich war grad voll beschäftigt Ey, was war denn das jetzt? Soll ich hier looten gehen? Aber wo sind wir denn jetzt? Lass mal kurz gucken Wir sind hier unten Wir könnten hier Wir könnten hier in diese kleine Stadt fahren, Alter So machen wir das nämlich Vergehen wir falsch Keine Ahnung, wir fahren jetzt voll hier in die kleine Stadt Vielleicht gibt es dort auch noch ein Polizeirevue, was man loopen kann Ich habe eigentlich schon enorm viel 9mm Munition und so Ich habe eigentlich richtig viel Munition Ich bräuchte eigentlich gar nicht mehr Für eine längere Zeit nicht mehr nach Munition Asche halten Weil ich habe richtig viel Jetzt wird es halt einmal Zeit, dass ich vielleicht Eventuell Mal guck Wo wir sich eine Base bauen Weißt du? Ich glaube das wäre einmal wichtig, Alter Ich brauche das richtige Fleckchen für eine Base Und ich würde gerne mal einen Militärstützpunkt jetzt rein, weil ich habe gelesen Ich soll auch wieder die 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 Diese Diese Macs erhöhen, weil Jetzt nur noch Pro Stützpunkt Ein Mac oder so herumläuft Keine Ahnung Muss ich selber mal schauen Ich weiß nämlich nicht Was ich da wirklich so umgestellt habe, dass das passiert ist Oh wow Auftanken, das wärs Warte kurz Ich muss kurz die Zombies hier weg machen Warte kurz, ich muss kurz die Zombies hier weg machen Äh, was ist mit dem los? Gut, der ist weg Ups Das war jetzt nicht gut Wo ist er? Ich seh ihn nicht Ey, was ist denn los? Da hau ich mir immer ein leeres Magazin rein oder so? Oh oh Der mit nicht gut Passt das jetzt? Treff ich den überhaupt? Ja Hat nur ein bisschen dauert Aber da waren noch mehr Zombies, wo sind die hin? Ah, hier ist noch einer Da hinten ist auch noch einer Aber den kriegen wir jetzt schnell weg So Das ging voll daneben Es ist nicht so easy, finde ich Oh, doch Oh, jetzt kommt er Dickerchen Geilo, alle weg Gibt's jetzt noch Zombies hier? Ne, glaub nicht Ich glaub die Tagenstelle ist safe jetzt da Let's kurz gucken Wo klatsch ich denn das Magazin hin? Habe ich das weg? Ist das Magazin vielleicht kaputt gegangen? Kann das sein? Schaff's drauf Passt schon ein bisschen Lupen gehen und dann Auto auftanken und dann fahren wir weiter Ähm, na das kann ich brauchen ehrlich gesagt Lumpen Ja, kack drauf Ja, brauchen wir auch nicht Da ist gar nichts drin Können wir essen, oder? Mh, können wir essen, oder? Oder vielleicht doch nicht Oder vielleicht doch nicht Eine lecker Succhini Kann man schon reingucken? Boah, ich vergesse da und wo ich überall reinguckt habe und wo nicht Gut, da liegt echt keiner mehr Ähm, das könnten wir auch essen Das könnte man mitnehmen Hey, die sind leer die zwei Nicht gut Habe ich noch 9mm hier irgendwo? Ne, ich glaube ich habe die gesamte 9mm Munition, die ich habe In die Magazine reingekloppt Ist eh richtig viel Und ich komme hier lang Geilo Metallrohr Oh, warte, das frage ich Metallrohr kann ich gut brauchen Und Objektive Arbeitshose Was habe ich eigentlich für eine Hose an? Ich weiß es gar nicht Eine Jeanshose Eine Arbeitshose hat doch viel mehr Platz, oder? Aha Das machen wir schnell Jeanshose müssen jetzt hier oben sein Die können wir hier droppen So, gut Arbeitshose ist schon doch super Also da habe ich viel mehr Platz Passt glaube ich auch besser zu meinen gesamten Artfits Jetzt gerade eben Gibt hier noch irgendwo was? Nope Ich glaube ich habe das Spiel noch nie so lange gespielt Ohne eine eigene Base zu haben Ohne eine eigene Base zu haben Na komm steig an, was ist los? Ohne, komm ich jetzt nicht weg Na komm steig an, was ist los? Kann man eigentlich einen Platz wechseln? Warte mal, ich werde das kurz wegdrücken So ist es nämlich Verstarren schieben Ohhhh Das war ein bisschen Unklug Oh no Oh no, 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 no Hey Dreh dich um Besser ist es Lass mich einsteigen Werd bloß nicht kaputt Wir schauen der Zustand aus Wow Oh, voll Glück gehabt jetzt da Ich hätte jetzt so viel Kac gebaut jetzt gerade eben, Alter Nur wegen dem Kack-Auto Weil ich nicht mehr reinkommen bin Ah gut, hier haben wir die Polizei Aber viel zu viele Zombies hier irgendwie unterwegs Ops Ah Kacke, da sind echt viele Zombies unterwegs Wollen wir schauen, Alter Wenn ich mich da irgendwo reinsteigen kann Hm, da ist ja auch einer drin Kommt jetzt? Bin ich von der Tür? Da liegt einer Fuck Ey, das passiert mir jetzt viel zu oft schon, ehrlich gesagt Wo bist denn? Ja, kommt's mal runter hier Wow, jetzt hat's mich aber gekrießen Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ah, die krieg ich noch weg. Das ist nicht so schlimm. Na ja, die Turtles rasen herum. Ist da noch einer drin? Vielleicht. Nope. Anschuh brauchen wir nicht. Ja super, dann kann ich die Waffe wegpacken. Dann juckt mich grad aktuell nicht. Mal gucken, hier haben wir geil. Schott die Munition und nochmal 9mm. Schau mal, wo ist denn das leere Magazin? Hier haben wir ein leeres Magazin. Munition laden, super. Hier habe ich noch ein Magazin. Pass auf, dass du mir hier runter. Die ganzen Magazine, die muss ich mir an mitnehmen. Das geht wohl nicht anders. Muss an. Nochmal 9mm. Oh ja, geil. Also nimmt man ja hier, zack. Könnte ich eigentlich auch gleich da reinklatschen. Nochmal 9mm. Pass auf, wir machen das so. Wir öffnen das. Auspacken. Paper lass mal weg. Ähm, ja. Hä? Was ist denn los hier? Ja, was machst du denn? Ah, das ist voll. Okay, warte mal. Hier, warte noch. Das ist noch nicht voll. Gut, äh. Da gibt es auch nichts mehr. Zack. So, das könnten wir auch gleich aus... Nicht untersuchen. Ach, come on. Oder was drücke ich da für ein Blödsinn zum Auspacken? Hier. Pam, pam, pam. Paper brauchen wir nicht. Denn wie wir wissen, ähm... Das Kacken benutze ich meine Hand. Habe ich hier schon reingucken an? Ah, nochmal 9mm. Das ist richtig geil. Also hier im Revier... Das ist das Beste, was es gibt, finde ich. Okay, dann logischerweise wäre so ein Militärstützpunkt noch besser. Mal schauen, da vielleicht finden wir ja einen auf dem Weg. Aber da dann irgendwie so rein. Ja, kritisch ein bisschen. Weil wenn das... Wenn mich die Max erwischen und mich töten... ... ist... ... ein bisschen Kacke. So, warte, lass gucken. Hier. Oh, geil, oh. Dann nehmen wir auch mit. Ich mag jetzt hier nochmal Schotti. Ey, ich hab so richtig gut Munition, oder? Aber so richtig gut. Brauchen wir echt nicht viel Sorgen machen. Wenn... Also Munition geht man so schnell nicht aus. Das ist richtig geil. So, oben könnte man jetzt noch schnell gucken... ... und dann könnte man die da unten mal wegmachen. Und die nerven mir ein bisschen. Ah, nochmal ein Magazin für die Mp5. Schotti-Munition. Ich bin so brutal an Schotti-Munition. Ich bin hier ein bisschen ruhig was raus. Und da, Block 21 nehmen wir mit. So, liegt hier noch irgendwas Geiles herum? Außer Stiefeln. Nein, gell. Sturm, hab ich noch gar nicht. Aber will ich auch gar nicht. Was mach ich mit dem Blödsinn? So, schauen wir mal, dass wir die da unten jetzt wegmachen. Wo sind denn die Bach-Status? Ziemlich viele, hm? So. Jetzt geht's los. Sind die da drin? Nein, oder? Die sind dahinter. Oder sind die wirklich da drin? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich glaub, die Gurken da... Ja, ne, die ist da drin. Was ist denn das für ein Vogel? Hey, sind alle da drin? Das ist ja geil, Leute. Da kann ich auch bei euch kacken. Muss ich euch nicht unbedingt töten. Hm, genau. Geil, Leute. Dann lass ich's leben. Juckt mich nicht. Dann juckt's mich ja nicht. Dann wollen wir hin, weil wir formen eigentlich hier... Wir fahren ja gerade wieder retour. In die große Stadt möchte ich nicht, weil dann leckt das Spiel nur noch komplett herum. Oh, warte mal, ich muss hier weg. Oh, nee. Oh, nee. Au, ab, du Bastard. Ich bin so ein fieser Sack, echt jetzt. Ich bin so ein fieser Sack. Ich bin so geil. Oh Gott, Alter. Was werden da oben, Alter? Irgendwo fahre ich denn da hin, wenn ich da hochfahre? Hier, oh, das könnte ein Stützpunkt sein, oder? Müssen wir mal hinschauen, Alter, das wäre geil. War je richtig, oder überhaupt? Ja. Upsi. 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 Moment mal, ich glaube, ich habe schon, ich habe schon, wir müssen hier rechts, passt. Hier richtig, ja, ja gut. Oh, warte mal, da ist ein Stützpunkt. Oder, ich sehe doch so einen Turm. Oh, was auf, ich lasse das Auto kurz hier stehen. Nicht, dass die mir das Auto zerbröteln und so, das war echt kacke. Okay, ich will mich nur mal kurz umgucken, wo hier so die Mags herumlaufen. Die Mags. Hier ist aber auch ein Stützpunkt, oder? Ja, ich will mich nur mal kurz befinden. Okay. Vielen Dank. Oh fuck, Alter. Da ist gar nichts weit und weit. Wo ich schnell rein könnte. Oh, da hinten rege da, ne? Super, jetzt bin ich hier im Sperrgebiet. Dann rennen wir mal ein bisschen anders. Warten wir mal kurz gucken. Wir fahren hier ein Stückchen noch hoch, hätte ich gesagt. Schauen wir mal. Fahren wir mal ein Stückchen hoch. Mal schauen, ob es hier irgendwo ein Gebäude gibt oder so, wo ich rein kann. Boah, das ist aber richtig groß. Ah, genau das sollte mir nicht passieren, Alter. Wenn die jetzt da auf mein Auto ballern und das explodiert, dann wird die aber richtig krantig. Wow. Das ist ein bisschen gewährlich hier zu fahren. Okay, warte mal. Hier ist wieder... Ende. Also solange ich keine Base habe, halte ich mich ehrlich gesagt ein bisschen zurück hier und pack auf die Stützpunkte... äh, Pünkte, Pünkte, ja. Absolut. Und... Absolut. 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 Ich sehe den Alvarnisch. Ich glaube, da hinten kommt man irgendwo rein, oder? Kann das sein? Ich hoffe, der kommt nicht irgendwie in meine Richtung. Hey, was soll ich denn da alles finden? Oh, geil. Feuerzeug. Ja, gut. Hier ist eine Autobatterie. Ich kann eh nicht durch Wände schauen, oder? Da gab es ja immer so ein Problem, dass die durch Wände schauen konnten. Oh, Military Stiefel. Ah, ich habe keinen Platz dafür, oder? Geht das da rein? Dailo. Oh, ich sehe gar nichts. Wie schaut's aus hier mit Fenster? Was ist das so? Wanderschuhe. Was habe ich denn eigentlich für einen Dreck? Ich habe auch nur Wanderschuhe, oder? Nein, ich habe Kampfstiefeln. Hm. Ja, ich glaube, da wird es nicht so richtig viel geilen Shit geben. In der Hütte. Oh, im Magazin. Ich glaube, die Hütte ist hier ein bisschen öder. Die Frage ist, was ist hier hinten? Bewachter da irgendeinen Eingang? Ist da irgendwas? Da ist doch was, oder? Da ist doch ein Eingang. Da ist doch fix ein Eingang. Okay, warte mal. Ich komme. Vielleicht kann ich von oben runter. Pass auf, ich will euch das kurz zeigen. Vielleicht. Kann ich hier hoch. Irgendwie kommen. Das ist unbemerkt. Und runterjumpen und ran. Hm? Da ist doch ein Eingang, oder? Binde ich mir das mal an? Ne, oder? Wow, ich werde jetzt so drauf gehen. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, aber da brauche ich kurz wieder mein Auto. So. Lass mal kurz. Hoffentlich sieht er mich nicht. Weil ich nämlich drinnen drauf gehen sollte. Pass auf, hier ist der ganze wichtige Shit. So, Pistole haben wir hier. Pass auf, ich mache das anders. Nämlich. Hallo, nimm den Kack. Bruder! Gut. So, jetzt lass kurz gucken hier. Ähm. Kann ich das öffnen? Ach Scheiße. So, wir machen das. Anders. Neun Millimeter hier. Neun Millimeter hier. Und. So, ich glaube das reicht. So. 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 Neun Millimeter. Da habe ich auch noch, glaube ich. Gut was drin. Autopakt hier. Falls ich sterben sollte. Muss ich nicht unbedingt wieder rein, oder? Und die Sachen holen. Ich werde schon versuchen. Ja, keine Ahnung. Und ich habe auf jeden Fall mehr Platz. Kacke ist nur. Er dreht sich eh nicht so direkt in meine Richtung, oder? Ja. Kacke wäre nur. Und das wäre richtig fies. Na super. Ja, wo ist er denn? Super. Jetzt muss ich mal das ergehen lassen, oder was? Damit. Warte kurz. Warte kurz. Wie du siehst, habe ich gerade ein bisschen Stress. Wo ist er? Ich muss mir das kurz quallen lassen. Oh da. Dreh der sich eh nicht um. Hat jetzt noch ein anderer gehört, oder? Ah, ich habe keinen Lumpen mit und nichts. Da muss der BH halt dran glauben. Er kniet sich hin bei dem Scheiß. Ja, genau. Komm, beeil dich. Beeil dich, bevor sich der Drecks-Typ da oben dreht. Und wir sterben. Und dann ist da gar nichts. Dann ist da gar kein Eingang. Dann werde ich aber so stinkert, wenn da kein Eingang ist. Ich verarzt mich dann da drin. Oh. Oh. Schließen. Oh. Guter Junge. Runde versorgen. Warte, ich habe richtig viel Munition rausgehauen jetzt für den kleinen Bastard. Aber ich wollte nicht aufstehen. Das war mir zu riskant, ehrlich gesagt. Ich habe ganz vergessen, dass ich die Schottion so mit habe. Oh. Die haben halt. Macht geben. Die darf ich nicht verlieren. Oh. Wie viele sind hier? Macht nix, Alter. Ich kriege richtig gut Munition jetzt hier. Wir wetten. Ich kriege hier richtig geilen Shit draus. Ja, da ist das Ziel. Nehmen wir nicht. Dann nehmen wir mal so mit. Schalldämpfer. Geilo. Ein Schlagring. Ja, warum nicht? Ja, das interessiert mich gar nicht. Ein bisschen Munition. Das ist gar nix drin. So, aber so. Oh, ich hoffe, das sind letztlich zu Hardcore Typen. Ich sehe hier gar keinen. noch wo? Aber mich irritiert das ein bisschen, diese komische Seufzerei und der ganze Shit. Ich muss noch mal ein bisschen autisch das Maul halten. Weil sonst da... Sonst drehe ich hier komplett durch. Aber komplett drehe ich hier durch. Jetzt... Alles gut, okay? Okay, aber ich glaube... Ich bin hier grad safe. Die sind hier überall hinter den Türen. Also, wir könnten hier ein bisschen looten auf Weimar und entspannt. Was ich will ist Munition. Vielleicht neue Knaden und so. Und nicht diesen komischen Hut. Dauernd. Ja, bisschen Munition. Geil. Magazin. Nehmen wir mit. Ich finde hundertprozentig... Oh, ein Schalli. Ein Schalli. Ich finde hundertprozentig noch einige sind 9mm Munition. Heißt du die Stimme, die der sagt? Den Maul! Rohr. Ja, lass das Rohr. Rohr sein. Oh, ne Batterie. Die nehmen wir mit. Fürs Auto. Und hier. Pass auf. Hier finde ich enorm viel Munition jetzt da. Nein. Boah. Geil. Und Scopio, Alter. Magazin für die AK. Jetzt fehlt mir nur noch die AK. Metallrohr schon wieder. Okay. Reich wird da... Warum ist da keine Munition drin? Was ist denn los mit Reich? Da ist ein Hut drin. Da auch. Ne H-Klammer. Nur Scheiße hier. Oh. Oh, die Stichweste. Auch der, die, 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 die würde ich nehmen. Die schaut geil aus. Da, bisschen 9mm. Geilo. Gleich mal reinhauen. Oh, da findet man sich auch noch. Ja. Geilo. Aber 9mm gibt's hier ja nicht so oft, ne? Kann das denn die Möglichkeit sein? Das ist dann halt ein bisschen gefährlich für mich. Oh, na gut, Alter. Ich hab... Ninja Stern. Auch die Munition. Super, bester Mann. Gibt's schon gut Muni. Gibt's schon gut Munition. Gibt's schon gut Munition. Gibt's schon gut Munition. Und gut Hüter hier. Ja, nehmen wir den Schieter. Ey, lebe. Warum ist das denn so oft da drin? Ja, nochmal 3 Schuss um 9mm. Ja, da gibt's... Oh Gott, da gibt's Polizeirevier. Viel viel mehr Muni. Was ist denn hier los? Warte mal, habe ich jetzt da alle durch? Ja. Da haben wir jetzt auch schon, da haben wir auch schon. Haben wir das da hinten schon? Denke nicht. Ja. Auf jeden Fall Hüte hier. Überall Hüte. Da liegt eine Knarre, die habe ich gar nicht gesehen. Messer brauchen wir nicht. Neun Millimeter. Geilo. Neun Millimeter. Hier. Was bist denn du? Oh ja. Geilo. 375er. Habe ich nicht ein Magazin? Das ist AK. Oh Geilo. Und habe ich nicht hier? Geilo. Montieren. Habe ich es montiert? Naja, habe ich nicht, gell? Macht er nicht. Warte mal, ich muss was ganz kurz so. Muss die auf die Null hauen. Na warte mal, so in die Hand nehmen. Und das Magazin da dran klatschen. Und, vielleicht kriege ich auch noch ein Schalli dran. Ne, gar nicht. Der ist halt Igel. Oh Mann. Aber das war ein Flashlight Ding? Ah. Passt schon. Ist auch gut. Ich habe aber nur ein Magazin, gell? Munition habe ich hier noch ein bisschen mehr. Kann ich das von hier aus auch noch, dass er dran klatschen? Ne, natürlich nicht. Macht aber nichts. Habe ich hier oben schon geguckt? Ahhhh. M16. Geilo. Klar kriegen, sie interessiert mich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Und das interessiert mich noch weniger. Was ist denn los? Sonst guck mal kurz so hoch. Oh, wie die da abgehen. Hinter der Tür und und und. Ah, ich habe überhaupt keinen Bock auf die jetzt. Oh, die machen wir gleich mit. Geilo. 9mm Patronen. Sehr schön. Geilo. Neun Millimeter Patronen. Geilo. Oh. Ein Holo-Visier. Ich glaube, das kriege ich, kann ich an die MP5 dran klatschen, oder? Ist das möglich? Oh ja, Geilo. Noch mehr Munition. Ja, ein Schießpulver juckt mich nicht. Für was muss ich Munition herstellen? Ganz ehrlich. Unnötig. Hm. Diese Hose. Diese Hose würde ich bevorzugen. Ganz ehrlich. So ist. Die andere Arbeitshose juckt mich nicht. M9. Magazin, brauche ich noch mehr. 16. Ja, gut. 9mm. Boah, Alter. Das ist... Unglaublich, Alter. Kann ich da auch rein machen? Jetzt sehe ich nichts. Hallo? Dafür die Schott. Egal, Alter. Mein Inventar sieht das so enorm kacke aus. Das brauche ich nicht. Schottie. Ja, geil. Wenn es drauf ankommt. Schottie regelt. Polo. Super. Messer. Unnötig. Da haben wir schon reinguckt. Hier habe ich noch nicht reinguckt. Eine Acker. Oh, ich bin so geil. Ey, wieso geht denn das nicht? Ey, wie viel Platz braucht die? Ist zu lang. Was ist mit der hier? Zu lang. Das hier. Ey, schade. Marmelade. Na, pass auf. Dann machen wir das so. Acker holen wir hier hin. Hallo? Hier. Zack. Nehmen wir die Hand. Dreckskacke. Ich habe eh ein Magazin für die Acker. Aber ich habe, ähm. Acker 47. Warte mal hier kurz. Öffne das. Auspacken. Auspacken. Hä? Acker 15. AKM. Oh, das ist. AKM. Das ist komplett anderer Shit, oder was? Der leckt mit am Zuckerli. Ich habe gar nichts für die. Na super. Alter, mal. Oh, für die verkackte AKM. Munition. Magazin. ihn und es hat immer mit mit dem kriege ich das mit dem näht kriegst du das auf 100 prozent oder gar nicht damit ist auch ein blödsinn hallo ja nicht runter gehen was ist ein problem ammunition geht es mir jetzt mal richtig gut ich meine auto draußen habe ich auch noch so viel hardcore aber ich bin gleich überfüllt hier bis zum abwinken ich bin hier noch lange nicht durch und habe ich schon reingucken was ich hier krieg ich bin verliebt definitiv verliebt aber ich krieg so einen geilen shit ich muss mir unbedingt eine base bauen dann kann mir hier alles gestohlen werden näher war richtig gar der holo wie sie lassen wir jetzt mal oder ich habe jetzt schon zwei oder so ein hänger ammunition nämlich gern dann kommt was immer auch mit jetzt glaube ich ja weg gerade welchen vogel bin gas aber ich hätte gern für die akm jetzt ein magazin hier noch es gibt hier so viel ich bin so voll es gibt hier so viel akk 47 oder was ist denn los ak 15 aber gleich schon mal kurz hierhin das wird nicht gehen oder das passt auch nicht das passt auch nicht kacke ich hätte auch im auto lassen sollen ganz ehrlich jetzt da mp 16 ich glaube ich habe für die ak die ak habe ich hier gar nichts aber ich glaube für die munition nein auch nicht die kacke ok hier haben wir schon gut gut dann öffnen wir jetzt die nummer 1 wir fangen unten an oder hier ich lasse euch dabei liegen ich brauche ich gerade nicht mit so wo ist der erste bar statt hallo aber gut die sind hinter der tür die kommen da gar nicht raus ok pass auf da krieg ich gar nicht darauf super ok hier geht es gar nichts weiter gut hier sind wir gar nichts es ist nur enorm laut aber da ist gar nichts aber zum glück kriegen die keine türen auf und zum glück haben die auch keine türen kaputt kräORE ist das ab geil oder ein k uah k klar ok dahinter sind die was aber muss man kurz mal Hallo. Wow, Flash. Na, das juckt mich nicht. Ja, genau. Ich wusste... Oh, ich hör doch jetzt. Vielleicht habe ich mich erinnern. Kann ja gar nichts sagen, oder? Hier drin eventuell. Oh, ja, das ist so... Also, das ist mit dem Sound, das ist echt kritisch, oder? Das ist... So, als wäre der direkt neben dir. Uh, was liegt denn da Schönes herum? Oh, geilo. Oh, Polizeischutzweste. Das ist ja viel geiler. Das ist ja viel geiler. Hier, Block 21. Juckt mich nicht. Ja, die kann ich jetzt gerade nicht mitnehmen. Aber was interessiert mich die, oder? Ich habe eine Polizeischutzweste. Ah, nochmal ein bisschen Munition. Mal lass hier was irgendwas geiles sind. Naja, okay. Aber hier. Nehmen wir mit. Ich brauche Magazine hier. Keine Streichhölzer. Was soll denn der Dreck? Gib mir ein paar Magazine, Bro. Immer nur die Munition wird hier getroppt. Wo bleibt das Magazin dafür? Oder die Waffe? Ja, okay. Waffe ist eigentlich schädig, oder? Aber Magazin brauche ich. So, was ist hier los? Oh, ja, ja, ich noch. Weiß wird jetzt hier überall. Das ist unglaublich. Hä? Oh, ja, passt schon. Wollte ich gerade fragen. Wann habe ich den gekillt, bitte? Hallo? Ah, 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 ah. Okay, alles cool. Open the door, please. Ah, gut. Ey, wo sind... Ah, die sind direkt über mir, oder? Kann das sein, dass die einfach nur über mir im Wald herumgucken, ein bisschen? Kann doch was möglich sein. Oh, hier ist ein Magazin. Was haben wir hier? Ah, das ist 47 Magazin. Geil, du. Oh, was ist das für ein Gagashit? Was habe ich denn jetzt nicht mehr an? Das ist hier die Frage. Alter, ich bin voll Tarnmodus unterwegs. Guckt's mich an. Ich bin eine verkackte Blume. Boah, Alter, jetzt reizt's mir doch nicht so. Warte, geh, geh ich das noch einpackt? Nein, hab ich's jetzt getroppt, gar die Knarre. Warum jetzt da? Achso, wegen dem ganzen Shit hier. Ich muss hier ein bisschen was... Ich muss hier ein bisschen was liegen lassen, mein Freund. Sauber, Alter, ich brauche nicht den ganzen Blöd. Ich bin hier da schon. Ah, es geht noch nicht. Warte, wir rüberziehen. Ich stehe sowieso nicht, warum wir das nicht gleich von Anfang an schön macht. Aber geil, dass ich ein AK-740 Magazin jetzt habe. Denn... Ich bin eine schöne Blume. Oh, ja, geil, Leute. Ich bin voll geil. Boah, ich bin voll geil einfach nur. Ohne Worte. Einfach nur geil. Aber noch ein bisschen Munition. Jetzt wird's langsam kritisch mit der Muni. Also mit dem Platz. Müssen wir dann schauen, dass wir hier ein bisschen... Oh, ja, geil, war da. War da, war ja grad. Müssen wir schauen, dass wir... MK-18, krieg ich das noch mit? Ja, geil. Fuck. Oh, ich glaube, das ist so eine ganz hakelige Munition, hm? Ja, über 50 geht das nicht mehr. Ich muss da echt ein bisschen herum so... Darf ich schon reingeguckt? Nein. Schaut dir einfach mal. Ich kack auf den Dreck. Da habe ich auch noch nicht, gell? Boah, egal, oder? Bin 16, ja gut. Ja, gut. Auch machen Polizei, wer ist hier am Kacken? Ist wie ein Kacken? Wurz'gucken. Füge zu, füge zu. Kein Zombie hier. Da können wir drin sein, hm? Hallo? Polizei? Ich bin eine Blume. Wir sind über mir. Hm. Boah, es hat mich Christen, da meine ich meine Buchbommel da so herumgezogen. Da habe ich mich erschreckt, ein bisschen. Ah, hier hinter der wunderschönen Tür. Der hat sogar einen geilen Rucksack. Oh, sind da unten auch welche? Er ist echt kritisch, oder? Ja, weiß ich nicht. Aber echt kritisch, oder? Da geht es richtig ab. Boah, ich muss dann schauen, dass ich da irgendwie rauskomme. Boah, ich muss dann schauen, dass ich da. Okay, sind wir wieder hier. Ich will nur kurz gucken, da ist noch ein Zombien an. Die Kacktypen sind alle über mir, okay. Ich glaube, alle die Typen, die was da drin waren, habe ich schon alle weggemacht. Moment mal, da habe ich noch nicht geguckt. Ich hoffe, ich habe noch genug Schuss jetzt drin. Ah, passt schon. Gut, das passt. Sind alle über mir. Wasser und so interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Es ist mir aber wichtig, dass ich hier wegkomme. Ich muss hier wieder lebend raus. Das ist mir ein Anliegen. Aber unten müsste ich auch noch gucken, oder? Oh, oh. Ah, wo ist die Big Mama ran? What the fuck? Was ist das aber? Oh, Lumpen habe ich ja ganz zufällig. Ah, warte mal. Wird das denn noch irgendwo, wie er kommt? Das ist so geil. Ah, und hier geht es nicht weiter. Ja, gut. Dann brauchen wir auch nicht mehr viel tun hier. Ich muss mal schauen, dass wir irgendwie rauskommen, ohne zu sterben. Das wäre echt geil. Der Dreck. Oh, ich muss das irgendwie schaffen. Okay. Er geht ja relativ weit weg. Also, müsst machbar sein. Wie ruhig er so beim Mal ist. Oh, wir haben richtig geilen, richtig geilen. Oh, ich habe, warte mal. Oh nein, warte mal. Ich habe was vergessen. Hätte ich eigentlich gar nicht zumachen müssen. Aber habe ich komplett vergessen. Oh, sind die weg? Ne, das ist aber die AKM, gell? Ich habe aber AK47 Magazin. AK47, wo waren das? Das war irgendwo. War das nichts vor irgendeiner Tür? Aber war das nicht unten vor einer Tür? Kann sein, oder? AK47, oh, warte mal. Wow, warte mal, jetzt geht ihr hier noch weiter. Oh, warte mal, das habe ich jetzt noch gar nicht checkt, dass das hier noch weitergeht. Ah! Wo habe ich dir die AK? Oh, ich mache gerade voll den Käse, Alter. Da habe ich mein Bauchtäschchen auch voll gestopft. Moment, ich muss das irgendwie anders machen. AK47, ich brauche die Knarre. Das ist scheiße auf das jetzt da. Ganz ehrlich, jetzt da. Kack auf das. Dann. Ähm. Kack mal auf das hier. Dann. Wo habe ich 9 mm? Hier habe ich 9 mm. Das geht gar nicht. 9 mm. Patronen. Ah nein, 9 mal. Hoppala, Entschuldigung. 9 mm Patronen hier. Komm, hier ein bisschen Platz. 9 mm Patronen hier, bitteschön. Dankeschön. Äh. 9 mm Patronen. Wolle ich noch ein 9 mm Magazin? In meinem Herrn? Da kriege ich nicht alle so rein. Hier noch Platz. Nein, hier noch Platz. Hier noch irgendwo. Noch Platz. Da ist noch ein Magazin, sehe ich gerade eben. Dailo. So. Ich wusste mich. Auch hier habe ich auch noch ein Magazin. Habe ich hier noch 9 mm? Irgend, irgendwo. Paper brauchen wir echt nicht. Ich glaube, ich habe hier gerade gar nichts mehr. Gut, auf jeden Fall muss ich mein. Brust da schauen. Mein Bauch da schauen. Da muss ich echt Platz machen. Das geht so nicht. Da muss echt was her. So. Denn da ist die Knarre drin. Aber es ist auch wirklich hier zusammen. So. Gut. Gut, gut, gut. Oh, die haben wir. Oh, no. Er hat es noch raus geschafft. Da oben, der Doppel ist voßer. Kommen Sie. Na, kommen Sie doch. Soldat. Äh, wo ist denn der hin? Ist er wieder zurück? Äh, ne. Der hat sich einen anderen Weg sucht. Pisser. Äh, ich muss urinieren anscheinend. Habe ich gehört, ne? Habe ich gelesen. Habe ich gehört, habe ich es nicht. Ähm. Lebt hier noch irgend so einen Penner? Bevor wir urinieren gehen. Urinieren. So ist. Dann muss ich hier ins Eck. Mach doch. Wieder ewig lang heute, hm? Aber der Bunker, so was dauert, Ewigkeiten. So was dauert einfach ewig lang. Aber geil, oder? Ganz ehrlich, taugt man gerade richtig. Taugt man gerade extrem. Okay, die AK habe ich jetzt liegen gelassen. Na, pass auf. Aber ich werde hier. Bestimmt. Ja, was habe ich gesagt? AK 47. Na, 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 na. Moment, ich habe zwar das. Äh. Was hat er? Die ganzen Steps. Oh, die machen mich nervös. Die machen mich nervös. Was hatten die AK für Munitionen? Ähm, 7,62er. 39 mm. Tegen. Okay. Äh. Warte mal. 39 mm. Lieber 7,62er mal 39 mm. Äh. Lass mal kurz gucken hier. 50er. Das ist was komplett anderes. Also ich brauche die 7,62er mal 39 mm. Oder wie? Ist das richtig? Ja, das habe ich nicht. Oder ich finde es auf jeden Fall mal nicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht. Einfach. Einmal 39 mm. Ich glaube, ich habe keine AK Munition hier. Einfach so wie es ist. Millimeter. Äh. Ne, ne, ne. Ich habe keine AK Munition hier. Okay, kacke. Das ist aber richtig kacke. Aber wenn Gott will. Was ich sage. Wenn Gott will, findet Gott auch einen Weg. Für das zu spendieren. Open. Den Shit hier. Und äh. Das haben wir weg. Und das haben wir hier rein. Shark. Und das klatschen wir hier rein. Shark. Ach. So geil. Können wir hier. Was ist denn das für. Kann ich das da dran klatschen? Ne. Habe ich ein Holo-Visier, was da dran geht? Ich müsste eigentlich nur lesen. Aber ich probiere es auch so aus. Ne. Ein Schali. Kriegt man da überhaupt ein Schali dran? Der MP5 stand da, glaube ich. Whatever. Naja, ihr könnt es ruhig rauszucken. Wenn das auch ein Ausgang ist und der ist nicht bewacht, wäre es richtig geil. Lock 21 juckt jetzt gerade nicht. Light Ring juckt mich nicht. Diesen Pulver, kein Bock drauf. Und auch kein Platz mehr. Ah, er opent sich nicht, Alter. Das scheiße ist das. B4 oder wo bin ich? B3. B4 ist gleich nebenan. Das ist da unten. Naja, komm. Das kriege ich jetzt in dem Video eh nicht mehr hin. Warte, kommen jetzt die Zombies? Oh, ich finde das voll scheiße. Warum geht dieser Mac nicht auf die Zombies? Das geht mir im Sack. Warum macht er das nicht einfach? Oh, bitte, please, please, please. Krieg nicht mit, dass ich hier bin. Krieg's nicht mit. Krieg's einfach nicht mit. No, 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 no. Nein, nein. Du schönes Ver... Pisser. Nein. Und das liegt doch noch so richtig kacke, der Shit. Das liegt doch noch so richtig kacke. Oder wie schau ich aus? Äh, wie der Urbär. Fuck. Das war hier. Ähm. Muss ich jetzt in die Richtung? Keine Ahnung, Alter. Nee, ich renne gerade Richtung Norden. Das ist vollkommen falsch. Oder ich renne... Äh. Hm. Muss mich hier ranhalten. So, die Richtung. Warte, das war hier, glaube ich, gell? Boah, scheiße. Der Kackdreck schlägt doch noch alles. Oh, fuck. Das ist richtig kacke, Alter. Das ist nicht so... Ich habe volle Montur gehabt. Der Typ hat mich nur einmal drauf und ich war weg. Also, das ist echt... Das ist echt ein Witz. Ich habe einen verkackten Elm gehabt und... Und, 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 oder. Ich hätte wenigstens verletzt sein können nur. Oh, scheiße. Da rennt auch noch ein verkackter Zombie herum. War das ein Bär? Bei meinem Glück, Alter, war das ein Drache. Oder so ist es nämlich. Okay. 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 Natürlich ist es ein Bär. Fuck you, Bär. Keinem ist ein Weg, Bär. Warte mal, in Ruhe, Bär. Da ist ein Braunbär. Du bist ein Braunbär. Da ist ein Braunbär. Der Typ lässt sich einfach nicht austricksen hier. Oh, wow. Hm, das für ein Scheiße. Hä, wo bin ich hier jetzt? Hä, der hat mich wieder zurückkickt zum Start. Blöde Arschloch. Ich jetzt richtig, ich hab keine Ahnung. Ich seh die Bewegung grad nicht wahr. Ich weiß nicht, ich müsste nicht. Ah, scheiße. Nein, ich muss in die Richtung eher, oder? Nein, eigentlich. In die Richtung passt das schon. So ungefähr muss ich gehen, ne? Eher was da so. Ach Gott, Alter. Das nervt mich jetzt aber richtig. Das nervt mich jetzt aber total. Schande, Alter. Das ist wieder so weit weg. Wett nicht, krieg den Scheiß nicht. Aber wie soll ich denn das so schnell alles machen? Das dauert eine Zeit lang, bis ich es aufgehoben hab. Ich krieg das niemals. Das nervt mich richtig brutal jetzt da. Das liegt doch so scheiße. Fuck, Alter. Und da soll ich wirklich mehr, mehr Max einstellen? Ich weiß nicht. Da bin ich mal echt unsicher. Ich hab Probleme schon mit einem. Ich renn falsch, übrigens. Das wollte ich nur mal so dazu gesagt haben. So renn ich nicht falsch? Alter, bitte. Heißt, ich hol das jetzt. YouTube, ich sag euch was. Ich mach da jetzt Schluss, weil es ist eh schon viel zu lange. Ich versuch das zu holen. Und in der nächsten Folge erfahren wir dann, ob ich es geschafft habe oder nicht. Okay. Oh Gott. Ich muss doch mehr in den Westen. Aber nicht so intensiv, ne? Ein bisschen noch. So gut, YouTube. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein und immer brav sein. Tschüssi.